ja irgendwo hier am Ende weiß ich das ganz genau hier bin ich damals hoch geflogen mit dem Jetpack das weiß ich noch ganz genau ich finde es war hier dauert Erze aber eigentlich suche ich nach etwas ganz bestimmt stimmt ich höre auch Wasser ich bin in Mabel 3 Alter als der Kreis die Probe ich höre das Wasser es wird immer gut ist wird immer lauter vom Meer kann es nicht kommen ich bin in der ersten Hülle drunter genau ich hab's gefunden Alter M M M so mal gucken ich weiß nicht ob das die Hülle ist ich war keine Ahnung ob das die Hülle ist aber ich schau mich mal um jetzt hätte ich den Ender Putsch mal gebrauchen können meinste ja dann muss ich nicht immer dauernd hin und her rennen wenn ich voll bin dann weiß man sich den Wasserstrom hochschwimmen durch die eigentlich eher tief an die Hülle obwohl ich auch also da muss ich ins Meer rein das müssen wir nicht sagen das muss ich nur nicht sagen das muss ich nur nicht sagen das muss ich nur nicht sagen soo da ist noch ein Lied das brauch ich eigentlich gar nicht so hartnäckig noch nicht irgendwann wird die Zeit kommen, dann würde ich das brauchen. Ach, hier ist eine riesige Schlucht! Ich gehe erstmal wieder hoch. Ich weiß nicht, wie komme ich jetzt am schnellsten nach oben. Ach ja! Hier. Wenn da Wasser kommt vom Meer, dann muss da auch irgendwo eine Öffnung sein. So, jetzt komme ich dich gleich mal besuchen. Aber vorher will ich mal kurz checken, wie es hier aussieht. Hat der irgendwie was produziert? Naja. Dass der Slutsch hat, ist klar. Ist überhaupt Holz drin? Aber jetzt bring ich den ganzen Kram mal eben hoch. Ich muss ja unbedingt noch einen Pulverizer irgendwie hinbauen. So, Quarzdust und Quarzkristalle. Stackkohle. Noch ein Stackkohle. Noch ein Stackkohle. Noch ein Stackkohle. Ähm... Mabel. 15 Stück. Die tue ich hier mal hier ein. Dann mit zwei Stacks natürlich nicht. Die behalte ich. Und die ich hin. Naja. So. 12 Cobblestones. Nochmal ein paar Cobblestones. Nochmal ein paar Cobblestones. Was haben wir jetzt hier noch? Ich habe jetzt hier noch, äh... Silver kann ich da reinpacken. Lieb nicht. Zinn. Kupfer. Mehr Kupfer. Zinn. Eisen. Mann, ich hatte ja noch was im Canvasback, ne? Ein Stack Eisen. Herz. Was ist hier noch alles drin? Ich pack das mal alles rüber. So. Also. Zwei, äh... Davon. Habe ich sieben Knochen. Oh. Zwei davon. Vier Enderperlen. Jetzt habe ich schon wieder neun. Jetzt müssen wir so schnell keine mehr craften. Das kommt woanders hin. Alit muss ich noch machen. Minionsscherbe. Das. So. Jetzt aber wirklich die Knochen. Vier davon. Eine Karotte. Ach, die esse ich jetzt einfach mal. So. Was noch? 33 Dreck. Könnte ich einfach mal weg tun. Kann ich mich später mal drum kümmern. Marble behalte ich, wie gesagt. Elf Pfeile könnte ich mal eben wegpacken. Ach, die hab ich wieder unten. Toll. Aber ich weiß was, ich mach jetzt hier auch ne Pfeile Barrel. So. Also Sticky Resin kommt da rein. Wie sieht's denn aus hier mit Gummi? Ganz gut. Zwölf Rubbies. Du bist so still. Äh, ja, ich bin grad ein bisschen konzentriert. Immer so, wenn du Horst baust, oder? Ja. Das ist schon. Krass. So, das war hoffentlich nur der ganz normale Ofen. Dann mach ich jetzt einfach mal ganz normal den Backen. So, Kupfer, 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 Kupfer. Das sieht doch schon viel besser aus. Ich brauch keinen Kupfer mehr, unser Deal ist geplatzt. Nein, ich brauch immer noch Kupfer, keine Sorge. Ich brauch nur so viel Kupfer. Ich geh gleich wieder zurück in die Höhle. Ich weiß, äh, andere erwarten vielleicht, dass ich jetzt wieder irgendwas baue, oder irgendwie, keine Ahnung, was EU mäßiges mache, oder so. Aber ich kann's nicht oft genug sagen, wir müssen ja auch Sachen schaffen hier. Hier ist irgendwie ein Creeper explodiert. Von mir nicht. Und dann könnte ich mich erinnern. Hätte ich doch mal Dreck wegnehmen sollen, aber ich mag es. Ich kann nicht immer jedem hinterherarbeiten. Was soll das denn jetzt heißen? Ich sag, dass ich nicht jedem immer hinterherarbeiten kann. Was soll das denn jetzt heißen? Weißt du nicht. Oh, okay. Oh, 40. Leute, wieso hast du hier zwei... Ach so. Ah. Du hast immer zwei Barrels. Glaub ich zwar nicht, dass du irgendwann mal 64 Stacks schwarzpulver kriegen wirst. Obwohl mit Plünderung. Wer weiß. Leute, wo bist du? Ich will dich nicht. Bist du hier lang? Ich bin in der Büscherei. Ach so. Komm hoch. Nein, ich komm runter. Nein, ich will da eh raus. So, dann gib mir mal, wie gesagt, dass du es mir geben willst dafür. Der, der muss hier mal runter. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Wie viel bist du denn? Also für die Schienen 10 Eisen und, ähh, 16 Kohle. Sagen wir 22 Eisenscheiß auf die Kohle hier So und für den Marble Marble ist nicht viel wert, ja Das geht in 9 über 17 Oh Warte Hier So jetzt rein ich weg Oh nein ich will das nicht alle Nein, 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 verdammt Das hast du jetzt nicht Rass ist hingetragen Wurden hin gesetzt Das ist das Wir haben gerade gemacht So lässt sich verschieben Du bist ein Fieser Hitler Du bist ein Johnny Witten Lender weißt du das? Und ist so geil Und ist so geil Aber nicht so geblieben, wo die Dämmen an Also ich hab dein Kopf bei mir, ja Hey, wenn du so, prall noch einmal damit und ich pack mir hier Vorpall auf und töte dich so oft, sie auch dein Kopf auf Hüttemberg Ich hab lado droh ich bin, hier aber kein vorpall drauf Toll, dann muss ich da eh selber hinschauen. Ach verdammt, habe ich Ziegel da jetzt reingepackt? Die würden da jetzt irgendwie nicht rein. Ziegel würde ich eher sagen, dass, äh... Ziegel. Die passen ja eher hier rein, ne? So, jetzt habe ich noch 6 Lead Inget. Was ist das hier? So, 40 Eisen. Nochmal ein Stack Eisen. Nochmal ein Stack Eisen. Jetzt habe ich mehr Eisen als Zinn, aber nicht mehr lange. Jetzt habe ich wieder mehr Zinn. Nochmal 54 Kupfer. Alter, ich habe bald wieder meine 1000 Kupfer zurück. Das klingt flott. Ach ne, ich brauche jetzt mal ein Stack Eisen. Und auch ein Stack Kohle. Und Glas wäre ganz gut. Ach komm, ich mache noch einen. Ne. So. Oh. Fünf. Okay, ähm... Machen wir einfach mal Pflasterstein an. Nein, jetzt habe ich ja kein Glas mehr. Verdammt. Habe ich hier noch Glas drin? Hacke, was ist das? Oder habe ich noch Wasserrohre? Da habe ich natürlich wieder das Eisen vergessen. Das will ich mir gleich. Da habe ich natürlich wieder das Eisen vergessen. Das will ich mir gleich. Ich brauche noch dreieinhalb Stacks Marmor. Aha. Ich habe mich übrigens verschätzt. So, dann gucken wir doch mal. Hier packe ich einfach mal ein Stack Eisen rein. So, ich hoffe mal, dass es auch so ging. Kacke, das muss ich rauspumpen. Ich brauche hölzerne Wasserrohre. Äh, wie wäre es? Ich gebe dir Goldschienen, wenn du mir dafür noch mehr normale gibst. Was soll ich mit Goldschienen? Mann. Was soll ich mit Goldschienen? Was weiß ich? Äh, Kaktusgrün. Kaktusgrün. Sordast, Sordast. Kaktusgrün? Was ist mein Kaktusgrün? Junge, ich hatte ganz viel Kaktusgrün. Mache ich mir eben selber was. Mein Gott. Dass ich nicht alles tue. Nur um das Teeröl da rauszupumpen. Muss ich meinen Keller sowieso mal machen. Nein. Ich pumpe das Teeröl wieder raus. Und dann pumpe ich jetzt wieder rein. Boah. Das muss ich jetzt mal schaffen. Wieso? Frau Bort. Was? Das muss ich jetzt mal schaffen. Prozent der Post und so viele die Tanks an die Warte wie war das mit Zucker ich weiß nicht wieder kann man das so vor diese kurze LP Buster hat hat Prozent Prozent mit Zuckerrohr ich hatte Zucker irgendwo habe ich ganz viel Zucker glaube ich mal gemacht weil ich hole mal mehr vor sie zwei mal ja ich weiß ich kann es in Meserator tun das ist jetzt das kommt auf die sechs jetzt nicht an ich meine wir brauchen das ja auch nicht was soll ich mit dem ganzen Zucker Kuchenbacken für die Gäste die wir nicht haben ja so ungefähr geht nicht mir war so jetzt hätte da Zucker reingepackt ich glaube ich spinne einfach nur da war auch noch mal drei Zellen drin ja was wollte ich denn jetzt der Kuhl also was brauche ich denn alles für ne Kabel zum Fabrik ich hab 10 ne Kuchen in 6 die muss so einfach hinstellen und fertig Loll und wie viel produzieren die so und wie viel produzieren die so so und was brauche ich für Rohre dass die Kabelstons in Kisten gebracht werden du brauchst äh das kannst du machen am schnellsten geht es mit goldenen goldenen Rohren Transportrohren ähm aber es reicht auch wenn du dir Steinerne oder Kabelstons baust Kabelstons und Steinerne sind gleich schnell ok und ähm wenn ich 10 ingles Extruder hab wie viel Recycler bräuchte ich denn damit da ich nicht einfach immer mehr Kabelstons hab also einer reicht nicht zu ich empfehle das nutzen von 2, 3 dann brauchst du auch unbedingt noch Overclocker da drin damit das vernünftig läuft ja und ne Menge Strom der auch nachts irgendwie verfügbar ist ok dann mach ich das in der Nähe von meiner Verbrennungsanlage was ist das denn noch für das Säge Eisen ok achso dann nehme ich jetzt mal den äh Ender Putsch mit so jetzt hab ich noch 3 Stahl 3 Stahl dann pack ich hier mal 3 Stahl hin ich hoffe das merk ich mir 3 Stahl wie sieht denn das hier aus ich weiß nicht dass das irgendwann mal voll ist hier ich hab mir schon gedacht und ähm wie kann ich das machen dass Scrapboxen in Barrels gebracht werden? einfach das geht glaube ich nur mit Pneum ach das musst du ausprobieren einfach die Rohre da ran packen ich weiß aber nicht ob das mit denen dann geht das müsste man dann mit Pneumatic Tubes machen du probierst es einfach mal aus ob die sich damit verbinden wenn nicht dann äh wo du platz sparen musst oder so hä? wie schreibt man denn Kabelstone Pipe? ich glaub doch einfach Pipe oh und dann guckst du einfach wo irgendwo Kabelstone ist ah ne das ist auf Deutsch glaube ich das kann sein Pflaster steinendes Transportrohr oder so komisch steinendes Wasserrohr ne Transportrohr ja oh man braucht Glas ok und für äh Pneumatic Tube braucht man auch Glas oder? für Pneumatic Tubes da muss ich ins Spiel kommen dafür brauchst du Messing also Grass oh aber ich hab Brass ach so und sonst einfach nur Glas glaub ich gut dann mach ich mir im Rechnen ganzen Stack Glas oh dann muss ich das ja mal anders machen das hab mir Angst gemacht so so jetzt hol ich mir mal Kabelstones ne ja das dann mach ich mir eigentlich ne Stack dann hab ich dann hab ich 64 mal 8 Rohre obwohl so viel bräuch ich glaub ich gar nicht meine Dreck meine Dreck meine Dreck Barrel ist gleich voll das ist ja schön irgendwie nicht da muss ich ne zweite Barrel anfangen hier geht dann auch voll kannst du mir noch mehr Barrels machen ne ok dann mach ich mir selber welche wo oh ne draußen ist ein Zombie runtergefallen und ich erschreck mich erstmal ob das hier drin ist oder so wieso ist da Holz wer hat da Holzblöcke hingesetzt bei mir was ist mit Holz? jemand hat bei mir Holzblöcke in meinen Brau raub lassen ja hab ich dir geschenkt auch dankeschön ich wärst du doch nötig wenn du Barrels bauen willst das ist doch schön ja ok hm ich werd ich hab schon Recycler gebaut so wie ich mich kenne weil das sind glaube ich mal ganz viele Maschinenblocks oder so stimmt dafür hab ich 10 Maschinenblocks wenn ich 10 Recycler hab wie viel brauche ich denn wie viel Ingenieurs Trude dass die nicht langweilig ist den Recyclern 20, 30 oh Gott das muss man ausprobieren sag mal ne Zahl wenn du 10 Uhr Cycler hast oh Gott 20 Ingenieurs Extruder ok das lässt sich mal wenn zu viel ist kannst du ja immer noch einzelnen welcher mit Retson Signalen ausstellen so mal gucken äh dafür bin ich mir von den Iron gemacht verstehe Oh nein Electronics Circles